Die können wir jetzt hier übrigens auch mal eine Straße bauen. So, da rüber. Weiß nicht, warum das immer noch nicht angeschlossen war, weil das hier hinten noch Dings ist und das ist Dings. Aber das macht ja nichts. Weiß nicht, warum bei denen immer noch keiner den Müll abholt, ganz da hinten. Vielleicht ist es mittlerweile schon zu weit weg von da hinten. So, jetzt ziehen wir hier mal eine Brücke drüber. Und dann wird es so dunkel wär nachts. Alter, hab ich eine Kohle. Was denn da, was denn hier passiert? Was denn da? 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 Ich würde mal ganz hier hinten im Wald nochmal ein bisschen deponieren. Rom bauen die mit Sicherheit auch. Wenn der so leuchtet hat er Connection. So. 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 Und die Kante ein bisschen genauer. So. 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 Stadion von Oberharz. Dieses ganze Zwischengebiet jetzt. Darf ich noch mit einnehmen? So, der Wald, der Schöne. Der hat jetzt Strom, der fühlt sich jetzt wohl in seinem einsamen Hütchen hier. Hier möchte ich immer noch wissen, wo sich hier die Leute über das Wasser beschweren und vor allem warum. Da wollte ich noch mal nach diesem... Der Wasserturm steht eigentlich... ...noch auf ganz gutem Boden, weil... Ich mach den immer aus. Vielleicht wird's dann besser. Kann da sein, dass es an diesem liegt. Ist denn der andere Wasserturm, den ich hier mal im Industriepark stehen hatte? Ist den mittlerweile abgerissen? Oder steht er noch? War das der da? Ne, der läuft ja auch noch. Ne, der war... Ich glaub, den hab ich in der Zwischenzeit abgerissen, weil ich irgendwas anderes bauen musste. Der ist mittlerweile verschwunden. Die Pumpen stehen eigentlich... Oder macht hier jetzt irgendwas das Wasser wieder dreckig? Nö. Würde ich doch mal nicht hoffen hier. So, wir haben bestimmt noch ein paar mehr großartige Gebäude. Es gibt auch bald Monumente. Hier haben wir alles, da haben wir alles. Ja, hier gibt's doch das große Einkaufszentrum. Was können wir denen jetzt noch gönnen? Mist, zu nah am Park. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Fuck. Das gibt's noch nicht. Jetzt geht's. Ja. Großes Einkaufszentrum direkt hinter den ganzen Schulen. Da ist einer im Park gestorben. Oh, was ein Bunker. Jetzt haben wir hier noch das Expo-Center. Das hätten wir eigentlich ganz gerne. Seht ihr denn alle rot? Weil die hier nichts haben. Weil die hier keinen Spaß haben. Die Fälle zu steil. Das Problem kennen wir hier ja. Oh ja. So stehen wir aber auch. Dann machen wir wieder diesen. Aber ich finde, dieses Expo-Center passt ganz gut an den Flughafen. Flughafen und Messe finde ich ist angemesser. Ich werde da mit Sicherheit auch gleich irgendwie noch... ...nochmal eine Bahnsteige, eine Buslinie und so hinlegen. Habe ich das schon? Da... Da... Macht er es doch. Oho. Hat er jetzt hier hinten? Das geht aber noch ein bisschen schöner. Ähm... Na, dass wir mal ein bisschen... ...bisschen anpassen. Dass das nicht ganz so scheiße aussieht. Da kann ja gerne da hinten der Berg hochgehen, aber... ...bisschen sanfter, wenn es geht. Das ist ja jetzt die Kante drin. Lalalala... Mehr Erde kann nicht aufgenommen werden. Ihr Erdlager ist voll. Oh, ich muss mal an das Erde hinkippen. Oh, da landet einer. Huiiii... Gut, lassen wir das nun mal so. Wir haben kein Wasser. Das Ding habe ich jetzt natürlich sehr intelligent direkt in die Einflugsschneise, in die Landebahn gesetzt. Aber gut. Wenn sie schon hinkriegen. Wenn du hier kommst und landest, musst du hier halt ziemlich knapp übers Dach pesen. Naja, aber gut, hat die Schicksal. Ich wollte da noch eine Eisenbahn hinlegen. Habe ich gesagt. Einmal von hier oben aus. War das bereits verlegt. Was ist dafür? Was ist denn hier LongO мы sonst nicht. Was ist bisher hier gemacht? Dann的布 names gehen wir von hier aus. Dann gehen wir da auf und hier aus. F- F- Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bahnhof Frage Wir müssen eigentlich hier mittens dran Hier auf der anderen Seite der Also wir haben hier die Straße Ich kann doch eigentlich den Bahnhof jetzt an den Kann ich den nicht hier schon? Nee Megalopolis Monumente freigeschaltet Keine weitere Stufe möglich We are now at the top Yeah Yeah Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020